Und damit schönen guten Abend, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Diese Nachricht, die hat uns gestern alle schockiert. Wieder einmal stirbt eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw. So grausam der Unfall gestern war, so wenig sind die Menschen heute überrascht. Für mehr Sicherheit wollen auch die Kölner Verkehrsbetriebe sorgen. Fast 40 weitere Sicherheitskräfte sollen in Zukunft auf Bahnsteigen oder in Bussen Streife gehen und für mehr Sicherheit sorgen. Das ist nicht ganz so günstig. 2,5 Mio. Euro pro Jahr soll das laut KVB kosten. Das Geld muss der Stadtrat freigeben. Doch das Konzept liegt seit Dezember 2023 bei der Kämmerin auf Eis. Erst als die Lokalzeit jetzt bei Politikern im Rat nachgefragt hat, kommt endlich Bewegung in die Sache. Hier, schwimmen, ist eine tolle Möglichkeit, um fit zu bleiben. Oder auch einfach mal abzutauchen aus dem Alltag, im wahrsten Sinne des Wortes. Immer wieder passieren aber leider auch schwere Badeunfälle. In der Badelandschaft Gumbala in Gummersbach hat man sich deshalb etwas überlegt. Mit künstlicher Intelligenz soll in Zukunft die Badeaufsicht unterstützt werden. Die Kölner Verkehrsbetriebe suchen neue Mitarbeitende. Interessierte konnten sich heute auf der Schildergasse im KVB-Karrierebus informieren. Interessantes Konzept auf jeden Fall. Nach einer Untersuchung von Umweltexperten könnte die Methanemissionen aus dem Braunkohletagebau um ein Vielfaches höher ausfallen als bisher offiziell bekannt. Ist Ihr großer Traum schon immer mal gewesen, in der Kölner Philharmonie zu singen und zusammen mit dem Gürzenich-Orchester aufzutreten? Dann haben Sie heute Ihre Chance leider verpasst, denn das Casting für den Kölner Bürgerchor, das war eben, im Sommer soll es nämlich ein Konzert mit Werken von Gustav Mahler geben. Jetzt wird schon geprobt mit den Neuen. Bastian Biet, unser Reporter, live vor Ort in Braunsfeld. Bastian, mi, 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 wie sieht es aus? Bist du dabei im Chor? Als Mann könnte ich ja. Ich wollte gerade sagen, Platz ist für dich frei, hallo. Aber hört sich schon mal gut an. Vielen Dank, Bastian Biet aus Braunsfeld. Ja, wenn man älter wird, dann stellt man sich ja vermehrt die Frage, warum bringt eigentlich der Hase an Ostern die Ostereier und nicht das Huhn selbst? Ja, auf diese Frage gibt es viele Antworten. Auf die Frage, was passiert eigentlich mit den ganzen Hühnereiern, die sich jetzt bei den Bauern stapeln nach Ostern? Auf diese Frage hat ein Hof aus unserer Region eine Antwort gefunden. Ja, das hier hinter mir, das ist Thomas V. Er ist Szenenbildner aus Köln und hat schon viele, viele beliebte ARD-Serien und Filme des Szenenbilds gestaltet. Auch an der ARD-Reihe Anna und ihr Untermieter mit Schauspielerin Katharina Jakob hat er mitgearbeitet und wir haben ihn bei den Dreharbeiten besucht. Ja, und jetzt schauen wir mal auf das Wetter für Köln und Umgebung in den nächsten Tagen. Aus heutiger Sicht trocken. Ja, und das war ihre Lokalzeit aus Köln für heute. Aber hier in ihrem WDR Fernsehen geht es natürlich weiter um 20.15 Uhr mit ihrem Service-Magazin Markt und Anna Planken. Direkt im Anschluss an die Tagesschau Ihnen jetzt einen schönen Abend. Tschüss und bis morgen.